Helsy Mandy und Fitness Oscar wurden im vergangenen Monat Eltern eines Sohnes. Rund vier Wochen nach seiner Geburt leidet die Influencerin noch immer unter Schmerzen, und zwar beim Stillen. Das verrät sie in einem Video. Ich bin ehrlich. Ich hab immer noch mit Schmerzen zu kämpfen. Werde jetzt eine Lasertherapie machen, erzählt die frischgebackene Mama und fügt hinzu, ich bin noch kein Profi und das nach vier Wochen. Ich stille immer noch mit Stillhütchen. Ab und zu klappt das. Nun plant Mandy, das Ganze in Angriff zu nehmen, um ihrem Wonneboppen bald sorgenfreier die Brust geben zu können. Auf der Online-Plattform möchte sie gleichgesinnten Mut machen, ich glaube, das ist ein Punkt, an dem viele abstillen oder die Flaschen. Ich will euch auf die Reise mitnehmen, dass das klappen kann. Von ihren Fans bekommt die Beauty viel Zuspruch. Es tut weh, aber es vergeht. Wer durchzieht, wird Erfolg sehen, heißt es unter anderem. Bereits vor einigen Tagen gab Mandy ein Update, was die Zeit nach der Geburt betrifft. Nicht nur ihre schmerzenden Brüste machen ihr zu schaffen, sondern auch die Nachwirkungen des Kaiserschnitts. Die ersten fünf, sechs Male aufstehen waren wirklich. Das waren andere Schmerzen, merkte die Partnerin von Oscar an. Aufgrund gesundheitlicher Gründe entschied sich die Social-Media-Bekanntheit damals für einen geplanten Kaiserschnitt. Sorry Maris Das war die Beispielen Kaiserschnitts. Nachwirkungen des Kaisers Sinners